Mein Name ist Friedemann Kunz und bin in Schweden bei Göteborg geboren und bin im Jahre 1992 nach Mecklenburg-Vorpommern gekommen. Das bedeutet alles. Das ist meine Heimat, Mecklenburg-Vorpommern. Das ist mein Zuhause. Ich lebe hier und ich habe das Unternehmen hier und das verbindet. Und ich bin übrigens auch die neunte Generation hier in Marlowe, auch wenn ich in Schweden geboren bin, zurückzukommen und die Verantwortung zu übernehmen, die mir geboten ist. Das ist schon eine große Herausforderung, große Ehre und das ist mein Zuhause. Für mich war das meist bedeutende Ereignis in diesen 30 Jahren, dass es mir gelungen ist, von der Treuhandsanstalt das ur-ulterliche Holzwerk zurückzukaufen und vor allen Dingen eine große Dankbarkeit habe, dass es uns gelungen ist, unser Scan-Haus, Malu-Produkt bundesweit verkaufen zu können und zu liefern zu können und damit für die Region ein stabiles Unternehmen aufzubauen, über Generationen. Was ich in Mecklenburg-Vorpommern vermisse, wüsste ich nicht, was das sein sollte, weil das ist mein Zuhause. Wir haben das ganz große Glück, alle wir Menschen, die hier im Lande leben, dass wir hier leben, wo andere Urlaub machen dürfen. Wir haben das schon Bat tocke. Viefregent Vogel